Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Gestern war hier schon ziemlich was los auf dem Kanal. Wir haben nach langer Zeit wieder etwas zu Peter Klein gemacht, denn Peter Klein wird jetzt nun die Ballermann-Saison auf Mallorca einleiten und wird dann auch öfter in der MK-Arena zu sehen sein. Das war das Video, was ich euch gestern gezeigt habe, denn am 27. April, nicht 21. April, startet die Trash-But-Famous-Veranstaltung, wo wohl Menschen aus dem Trash-Bereich eingeladen sind, um dann da etwas zu machen. Vermutlich singen, wobei bei dem einen oder anderen bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie da singen. Und wir gucken gleich uns mal die bis jetzt bekannten Teilnehmer an von Trash-But-Famous und vor allen Dingen auch die Reaktion im Netz, wie sie einige Zuschauer auf die Teilnahme von Yvonne Wölke und Peter Klein reagieren. Denn nicht alle Kommentare waren freundlich und nett bei der Veröffentlichung. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass, ähm, nee, das, eins nach dem anderen, meine Lieben, wenn ihr sagt, Mensch, Jenny, vielen herzlichen Dank, dass du auch an diesen Themen dranbleibst, die auch auf Mallorca stattfinden. Für dich herzlich eingeladen, dich unserer mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Katzenreporter, Liam, macht sich für dich aus dem Häuschen, damit auch du hier eine schöne Zeit hast. Uns fehlen nicht mehr viele zu den 29.800. Ihr seid der Wahnsinn. Wir fangen an mit der ersten Dame, die bei Trash-But-Famous mitmacht. Das ist Yvonne Wölke, bekannt aus dem TV-Format Das große Promi-Büßen erlebe deine Reality-Stars-Haut nah auf Mallorca am, könnte 21.04. sein, ist aber der 27.04. Das ist der Beitrag, der gepostet wurde und darunter wurde natürlich dann auch relativ fleißig kommentiert. Wir haben einmal diesen Kommentar. Viel Spaß beim gemeinsamen Feiern und Party machen. Hier haben wir offenbar jemanden, der sich freut, dass Yvonne mit dabei ist oder auch hier, super, dass Yvonne auch dabei sein wird. Freue mich auf viele schöne Fotos und Storys, Interviews oder auch hier. Naja, da weiß man, welche Location man nicht betritt an der Playa. Also hier sieht man auch die kritischen Stimmen über die Teilnahme von Yvonne Wölke tauchen auch auf. Wir haben dann noch diesen Kommentar, womit sich diese Veranstaltung schon mal ins Abseits geschoben hat. Da muss man immer mit dazu sagen, die große Frage ist, die Menschen, die das kommentieren, haben die das erstmal a verstanden, dass die Veranstaltung auf Mallorca ist und b kann man hier sich die Frage gefallen lassen, sind diese Menschen, die jetzt hier schreiben, ich gehe da nicht hin, ob die überhaupt auf Mallorca zu dem Zeitpunkt überhaupt wären. Nun gut, das war erstmal ein kleiner Meinungsschnitt aus der Öffentlichkeit. Also ihr seht auch, hier gehen die Meinungen auseinander. Viele Yvonne-Supporter waren unter dem Foto, die dort kommentieren haben. Einige, die sich kritisch geäußert haben, aber ich habe jetzt hier keine Beleidigungen oder heftige Sachen gelesen, die wir in der Vergangenheit schon öfter mal, wenn wir über Yvonne geredet haben, gelesen haben. Ob jetzt der Veranstalter kritische Kommentare gelöscht hat, kann ich hier an dieser Stelle nicht sagen. Möglich ist es natürlich, aber grundsätzlich, ich weiß es nicht. Kommen wir zum nächsten Teilnehmer, zu Peter Klein, bekannt aus Promi Big Brother oder Sommerhaus der Stars. Daher kennen wir ihn, ja, wir kennen ihn natürlich auch von diversen anderen Formaten, von Daniela Katzenberger, wo Peter Klein immer so eine kleine Rolle im Hintergrund gespielt hat. Ansonsten wird auch er bei dieser Veranstaltung wohl etwas singen. Und hier war auch sehr interessant zu beobachten, wie die Kommentare sich verhalten. Die gehen extrem, auch wie bei Yvonne, auseinander. Ein Kommentar, der war besonders ekelhaft in Richtung Yvonne, allerdings mit 61 Likes versehen. Und da schreibt jemand, na, hoffentlich ohne die blonde Tussi. Und das mit 61 Likes ist mit einer der am meisten gelikten Kommentare. Wir haben dann noch diesen Kommentar, der ebenfalls 33 Likes bekommen hat, wo ein Zuschauer geschrieben hat, ohne Iris wird nichts. Ja, das ist einfach Gehirn-Schocking auch, ne? Da musste ich auch einen Moment schmunzeln, auch wenn natürlich Peter jetzt eine Daseinsberechtigung auch ohne Iris Klein haben muss. Dann haben wir diesen Kommentar, sollte wieder in seinem Job arbeiten gehen. Also hier haben wir erstmal so ein bisschen Kritik auch an Peter, dass man ihn als Malermeister definitiv lieber sehen möchte als Sänger. Wir haben aber auch solche Kommentare wie, Ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Erfolg, du rockst das mit 34 Herzen versehen. Oder aber auch diesen hier, viel Erfolg, lieber Peter, du rockst das schon, toi, toi, toi. Und wir haben noch diesen hier, ich drücke dir ganz doll die Daumen, Peter, dass alles so läuft und klappt, wie du dir es vorgestellt hast, denn deine Musik ist wirklich mega schön. Und das haben auch 31 Leute geliked. Also ihr seht hier, wenn wir uns jetzt direkt auf Yvonne und Peter beziehen, gehen die Meinungen auch auf Mallorca, wobei ich immer noch in Frage stelle, ob die Menschen, die das kommentieren, alle auf Mallorca leben. Aber wir sehen, dass die Meinungen hier sehr auseinander gehen und das ist ja das, was wir hier auch schon seit 14 Monaten beobachten konnten. Für mich, und das habe ich ja schon beim letzten Video gesagt, ist diese Symbiose von Peter Klein und Yvonne Wölke nicht unbedingt diese Symbiose, die zum Erfolg führen wird. Das ist aber nur eine persönliche Meinung meinerseits, soll aber auch gar nicht jetzt groß im Fokus stehen. Ein Kommentar habe ich noch für euch, nämlich diesen hier. Hi Peter, ich wünsche dir einen erfolgreichen Start. Aller Anfang ist schwer, aber du hast eine sehr schöne Stimme und mit etwas Glück, wer weiß. Und auch nochmal 22 Likes. Also grundsätzlich kann man sagen, nicht alle sind gegen Peter oder Yvonne. Ich habe jetzt auch für euch die anderen Teilnehmer dieser Veranstaltung rausgesucht. Bitte verzeiht mir, dass ich jetzt bei den Teilnehmern nicht auch noch alle Kommentare rausgesucht habe. Das wäre denn einfach zu viel. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ihr wisst, ich bin Trash-Praktikant seit einem Jahr. Ich kenne eh nicht alle. Und auch bei den weiteren Kandidaten, die dort teilnehmen, gut, das klingt ja schon wie eine Sendung. Nein, die anderen Gäste, die dort mit dabei sind, ob die alle singen, wie gesagt, das weiß ich auch nicht. Da sind einige dabei, die ich zum Beispiel nicht kenne. Wir fangen an mit ihm, Luca Valentino, Deutschland sucht den Superstar und viele mehr. Ich habe keine Ahnung, wer er ist. Das muss ich einfach genauso sagen. Keine Ahnung, wer Luca Valentino ist. Keine Ahnung, wo wir den gesehen haben. Deutschland sucht den Superstar, weiß ich nicht. Ist mir völlig unbekannt. Dann haben wir Dennis Gülpen, Sascha Winkels und Kiana Gülpen, bekannt von Goodbye Deutschland. Auch ein Format, welches ich tatsache hier das allererste Mal mit euch gesehen habe. Dann die Büchner, Goodbye Deutschland, die erste Folge. Aber auch das ist gar nicht meine Welt. Keine Ahnung. Dann haben wir Matthias Mangiapane, bekannt aus dem Dschungelcamp, Promi Big Brother, Sommerhaus der Stars und vieles mehr. Und ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ein Format hat er nicht gewonnen. Ja, bei Matthias Mangiapane waren die Kommentare auch so durcheinander. Einige fanden es gut. Ja, mehr fanden es nicht so gut. Aber das war alles so. Wie gesagt, das waren jetzt, fand ich im Kontext zu Yvonne und Peter nicht ganz so spannende Kommentare. Denn Matthias holt eigentlich immer die gleiche Reaktion im Netz hervor. Dann haben wir sie, Ingrid Pavic, Kampf der Reality Stars, Big Brother und vieles mehr. Mir auch völlig unbekannt. Ich habe keine Ahnung, wer Ingrid Pavic ist. Vielleicht wisst ihr das. Keine Ahnung. Dann haben wir Daniel Schmidt, Kampf der Reality Stars, Reeperbahn Privat. Den kennen wir aus Hamburg Berichterstattung. Ja, aber auch aus dem letzten Jahr Kampf der Reality Stars. Da habe ich ihn auch gesehen, Kampf der Reality Stars, war mir Tatsache zu lang in den Folgen. Ich glaube, so eine Folge ging von 20.15 Uhr bis 23.30 Uhr oder so ewig lang. Und deswegen habe ich das so nicht verfolgt. Aber ich habe Daniel Schmidt dort auch gesehen. Er wird mit dabei sein. Dann haben wir Party Löwe Fiore. Bekannt von Stranger Sins oder Calvin am Goldstrand. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer er ist. Aber schön, dass er mit dabei ist. Dann haben wir noch Inje Lukas Ballard. Bekannt durch seine Straßenumfragen auf YouTube. Der wird mit dabei sein. Und zu guter Letzt, welcher Kandidat noch veröffentlicht wurde, ist ihr hier. Flocke. Bekannt aus Force House, Rampensau, Be Real oder Temptation Island VIP. Auch er wird mit dabei sein. Das sind die Kandidaten von Trash But Famous, die aktuell zur Aktuellen Stunde bekannt sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden jetzt in den nächsten Tagen noch mehr Kandidaten geleakt. Für mich hat sich diese Veranstaltung jetzt ein bisschen verändert. Ich dachte ja zuerst, dass es so eine Veranstaltung ist, wo so drei, vier dabei sind, die dann singen. Aber es kommen ja immer mehr Kandidaten mit dazu. Ob die jetzt alle wirklich singen oder einfach nur die Party in Schuss halten sollen, das kann ich euch auch nicht sagen. Fakt ist aber, für Peter selbst ist das bestimmt eine gute Möglichkeit, mit seinen Songs ordentlich zu punkten oder aber auch ordentlich zu minus punkten. Und das ist das, der Katzenreporter leitet den Feierabend schon langsam ein. Das ist das, was bestimmt bei Peter noch ein bisschen Druck auslösen wird. Denn es ist natürlich für ihn auch jetzt eine kleine Bewährungsprobe bei so einer Veranstaltung, wo dann doch die Öffentlichkeit ein bisschen drauf guckt, hier gut zu performen. Ich wünsche, und das meine ich wirklich ernst, allen Kandidaten, die dort teilnehmen, dort singen werden, ob es jetzt eine Yvonne Wölke ist, die jetzt ja auch letztens irgendwas im Gesang gepostet hat, oder Peter Klein oder meinetwegen auch hier Party, Löwe, Fiore. Ich wünsche allen viel, viel Erfolg, viel Glück, dass es eine schöne Zeit wird. Und vor allen Dingen, lasst euch die Sonne ein bisschen auf die Omeri sind, meine Lieben. Das soll es heute erstmal gewesen sein, unser drittes Video. Wir sehen uns aber wieder morgen früh um 8 zum ersten Café mit weiteren Trash-News, vielleicht auch mit den Katzenreportern. Und natürlich heute Abend bin ich noch einmal live, wenn ihr Lust habt, allerdings nicht hier auf YouTube, sondern auf Twitch. Wenn ihr mit dabei sein wollt, kommt gerne mit dazu. Ich werde ein bisschen über ein Horrorhaus sprechen, welches ich vor vielen Jahren geerbt habe, auch wieder verkauft habe. Aber vielleicht ist das ganz spannend für viele neue Zuschauer. Macht es erstmal gut. Tschüss.